Und auch heute heisst wieder herzlich willkommen bei KuhnmannLP und Horizon Zero Dawn. Ja und was ist passiert? Letztes Mal nach der Wandelslust sind wir hier auf die komische Ansammlung an Schnappmühler gestossen und irgendwie habe ich das Gefühl, Was könnte jetzt da noch irgendwie... Es stinkt nach Fallen, warum sind wir doch ehrlich. Gut, schon gemeint wir bleiben dort hängen. Was könnte sein? Es ist einfach komisch, nicht? Ich finde es komisch. Und es passiert genau nichts. Okay. Ich dachte jetzt, da passiert jetzt irgendwie... Bam Bam. Etwas riesengroßes irgendwie. Aber äh... Irgendwie haben wir einfach ein paar Vorratskisten gefunden. So, was ist das denn? Schnappmühler. Ja, sonst gehts eigentlich klar, he? Gut, also wunderbar. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich bin ja leicht am Fahrproduzieren und gestern hatte ich einen Kommentar bezüglich dieser Blümchen. Ob ich dann genau weiss, auf was ich direkt zugehen muss. Und ich habe mir das jetzt mal überlegt. Ich orientiere mich wirklich einfach an diesen weissen Dreueckern. Ein weisses Dreueck heisst. Was ist hier passiert? Überall Schnappmäuler? Gell? Irgendwie einfach eigenartig. Aber wenn da nichts ist, dann ist da halt nichts. Oder? Sie sehen das auch so, oder? Ah, schau mal, dort hinten hat es noch etwas in den Bergen. Schön. Ja gut, und sehr wahrscheinlich wird das einfach irgendetwas sein, das wir irgendwann noch triggern müssen. Und dann wird es auch noch abgehen. Aber äh... Ja, anscheinend ist das nicht heute. Genau, und jetzt nochmal für die Pflanzchen. Wegen der Pflanzchen sehe ich das, das wird ja rot. Dann weiss ich, hey, von dem bin ich eh voll. Hier oben haben wir einen Läufer. Der hat etwas, das kann ich nehmen. Darum weiss. So, und woher müssen wir den Tinder den 2.000 Schritt? Wir sind da. Ah, da hinten sieht es wieder noch etwas ganz Eigenartigem aus. Also da meine ich. Lassen wir jetzt mal weg. Wir nehmen die Tassen hier auf den Weg, nämlich zu... Ja, zu dem Langhals... Hm, äh... Achtung. Verplopperungsgefahr. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Wo? So. Das wird uns einen langen Hals sein, wenn wir da anpeilen, he? Ja. Ah, da kannst du ja genau rein springen da. Gut. Gut. Ja, und dann, äh... Jetzt frage ich mich gerade, ist das hier hinten? Nein. So. Wie sind wir da auf den Kurs? Ah. Falsch. Gut. Gut. Jetzt sind wir jetzt weit übergelaufen. Ja. Was für ein Signal hat mein Fokus da aufgespürt? Ja, was rennt nach See? Das Signal muss ganz nah sein. Sonnenstufen. Okay. Okay. Interessant. Kannst du nicht einmal eine Markierung oder etwas drin auf der Karte? Ah, schau hier. Rot. Super. Kann ich brauchen. Also, du siehst hier ein kleines Lager, oder? Einer weg. Ja. Sehe nicht einfach da aus. Ah. Machen wir kurz das Fäule hier. Ja, was haben wir denn da? Ja. Warte mal. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Genau. Und so machen wir das mit den... Mit den Geschichten hier. Hier hinten haben wir auch noch einen. Ja, das ist einfach gut, oder? Das ist einfach gut. Die zwei haben gleich auch nicht, dass ich da bin. Was machen die hier? Gut. Also, das ist alles zwei, ja? Ich glaube, die sind da über das ganze Tal verteilt. Eine weniger. Aber ich glaube, die sind da über das ganze Tal verteilt. Gut. So, komm. Hm? Ganz ruhig. Wir werden angegriffen. Wir wollen anscheinend den Langhals fangen. gut. Oh echt. Sehr gut. Allright. Machen wir mal. 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 Gut. Schnüffelt hier immer noch rum. Gut. So ist es, ich laufe dort hinein. Ganz genau. Also jetzt habe ich mal einen Plan. Wie wäre es denn, wenn wir zuerst den Langhals gehen timen und danach aufräumen? So, da fehlen wir noch kurz. Kämpfen oder weglaufen. Ja! Wie sieht es aus, Gott? So. Gut. Immer noch auf der Suche nach mir. Wie ist es? So, dann. da lang Segwet Na mal krank. So, fülle ich mir nochmal. So. 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 Der Hohmann ist ja mal. Quatsch. Eier, Eier, Eier. 1 Uhr zurück da 2 Uhr zurück Korrekt Is that one move here? Sehr richtig, niemand hier. Wir kommen jetzt in den Oven. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. So, und jetzt mal schauen, können wir die mit einem Stein hierher locken. Hast du denn nichts besseres zu tun? Na? Na. So, komm. So, komm. So, komm. So, ei, ei, ei. So, komm. So, komm. So, komm. Mach dich bereit für den Tag des Schattens. Nein. Hey, was mache ich da wieder, ey? So, jetzt kann ich endlich das Ziel holen von dieser Folge. Gluten gehen wir noch hin. So, ich müsste von hier aus auf den Langrall springen können. Sehr gut. So. 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 So.